Moin Schatz, hier. Was ist da? Kannst mal kicken. Flatter Furzel. Und sonst so, wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare. Boah, ich weiß gar nicht. Die muss auch am Mikro nicht dran sein, weil sonst ist das Schmutz. Pass auf, dass er nicht runterfällt. Was geht ab, Junge? Alles klar, aber... Ah, ja, Captain. Sechst die Blinge. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Sechst die Blinge. Der muss los, Alter. Das ist Realität. Was war das denn? Realität. Was war das denn? Digga. Das war voller Englisch. Das war voller Englisch. Nee, ich hab's jetzt nicht mit dem Kumpel geschickt. Sag mal hallo. Nein, nee, komm. Oli gibt doch kein Autogramme. Auf.